Nautilus Verknüpfung Jeder Dateityp, erkennbar durch die Dateiendung und dem Symbol, ist mit bestimmten Programmen verknüpft, die mit dem Dateityp etwas anfangen können. Welche Programme das sind und welches das Standardprogramm ist, kann man festlegen. Man klickt mit der rechten Maustaste auf eine Datei mit einem bestimmten Dateityp und klickt auf Eigenschaften. Wechselt zum Reiter Öffnen mit und kann dort Programme hinzufügen und entfernen, mit dem die Datei geöffnet werden kann. Das markierte Programm ist das Standardprogramm, das beim Doppelklick auf die Datei gestartet wird. Ciao und viel Glück! Vielen Dank!